Du, 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 du. Mit Tonica Fugata 16 können Sie in wenigen Schritten gut spielbare Klaviersätze erstellen. Dafür werden möglichst viele Töne zu Akkorden zusammengefasst. Wählen Sie gleich im Startbildschirm unter Vorlagen den Klaviersatz aus. Die beiden Zeilen werden mit der geschweiften Klammer versehen. Nun können Sie Ihre Melodie eingeben, zum Beispiel über das Tonica Mausklavier. oder Sie importieren eine bereits fertige Datei mit Ihrer Melodie. Überprüfen Sie dann, ob die richtige Vorlage eingestellt ist. Im Kompositionsassistenten ist der Klaviersatz bereits ausgewählt. Legen Sie noch den Stil fest und entscheiden Sie sich gegebenenfalls für die enge Lage, die den Satz für die rechte Hand griffiger macht. Ein Klick und der Satz ist fertig. Die Bühne frei, die Bühne frei, die Bühne frei. Die Bühne frei, die Bühne frei. Die Bühne frei, die Bühne frei. Untertitelung des ZDF, 2020